Ich mache jetzt hier ein Social Music Experiment. Und zwar stelle ich mir die Frage, wie lange muss ich Schlager hören, um den Wahnsinn zu verfallen? 100% geladen. Wie viel Schlager kann man hören, bis man wahnsinnig wird? Ich habe hier zwei Ui-Booms, die haben Akkus aus der Weltraumforschung. Also die geben nicht so schnell den Geist auf. Ich vielleicht aber schon. Ich starte mit dem Experiment. Es ist 8 Uhr. Ich werde Zeitgeschichte schreiben. Okay. Schlager an. 100% geladen. Übrigens mache ich das Experiment mit Schlager ohne Text, weil das wäre sonst zu krass. Ich kann jetzt schon die Melodie und sie hängt mir jetzt schon zum Halse raus. Ich ignoriere die Scheiße einfach. Es ist eine Welt mit zum Kotzen viel guter Laune. Es war viel Pizza. Wir essen Pizza. Alleine Party ist nicht so geil. Ich brauche andere Leute jetzt. Ich mache mir mal ein bisschen frisch. Ich mache noch mit anderen Party. Mit Freunden. 70% geladen. All right, come on, let's go. All right, good time. Ihr könnt nicht freiherndig, oder doch? Ja, die auch nicht. Flieg, flieg mal. Wir sind ja geschießen schon mit dem Ding hier. Einige schon, ja. Das ist jetzt immer so der Moment, wo ich immer Bock habe rumzumachen. Ja, okay. Ja. Aber jetzt gerade vielleicht auch gar nicht so. Vielleicht später. Jetzt mal ohne Scheiß. Sind da irgendwelche Amphetamine dabei? Das wäre ganz geil gerade. Der Part ist so geil, oder? Der Part ist so geil. Jetzt kommt es nochmal so ein Punkt, wo ich dann so breit bin, dass ich dann zum DJ gehe und Puh auf mir wünsche. Nein, so breit war ich noch nie in meinem Leben. Wir können doch mal zusammentanzen. Sehr gerne. Ich habe zwei Ui-Boons, die haben Akkus aus der Weltraumforschung. Weltraumforschung. Also, die geben nicht so schnell den Geist auf. Ich vielleicht aber schon. 20% geladen. Boah, ist die scharf. Geh jetzt nach Hause. Ich mach dir kein Frühstück. Natas. 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 Elini. Inili. Sassan. Natas. Inili. Es langes. Inili. Inili. Next. Inili. fruit. Ja, ist Silvester und da dürfen alle Patienten Helene Fischer hören. Ja, ist Silvester.